Hey Mädels, wisst ihr, was jetzt angesagt ist? Eine Party! Was bedrückt dich, meine treue Schülerin? Freust du dich nicht, dass du deine Aufgabe erfüllt hast und deine Studien in Cantaloupe fortführen kannst? Genau das ist es. Gerade habe ich erfahren, wie schön es ist, Freunde zu haben. Da muss ich sie auch schon wieder verlassen. Spike, bitte notieren. Ich, Prinzessin Celestia, verfüge hiermit, dass das Einhorn Twilight Sparkle eine neue Mission für Equestria übernimmt. Sie soll ihre Studien der Freundschaftsmagie fortsetzen und mir ihre neuen Ergebnisse vortragen. Aus ihrer neuen Heimat Ponyville. Oh, danke schön, Prinzessin Celestia. Ich werde noch eifriger studieren als vorher. Ist das nicht aufregend? Bist du aufgeregt? Ich war noch nie so aufgeregt, außer als du in die Stadt gekommen bist. Und ich dachte so, was kann das noch, Top?